Und oben runter drücken. Reicht nicht. So, das ist schon entsichert, wie geht es da anheißen, wo ich gezeigt habe? Kommen Sie bitte noch etwas nach mir, dann schießen Sie so runter. Ach, so geht es ja schwer, aber Sie werden sich dann gewöhnen. So, das ist auch bloß. So, sichern. Finger lang. Magazin rein. So. Richtig. Wow. So. Ja, jetzt ganz locker. Finger lang. Finger lang. Jetzt lassen Sie sich vom Schuss bewusst überraschen. Ja. Ja. Also, das heißt, Sie legen den Finger abzugehen, ins Ziel, ziehen Sie weiter durch mit Geduld. Das Gehirn gibt kein Kommando. So, es geht einfach nur immer weiter. Okay? Ja. Versuchen. Wenn die Waffe sich bewegt, ist das Geschoss längst im Ziel. Okay. Okay, okay. 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 Jawohl. Wow. Finger lang, okay, Schlusswort. So, und jetzt in Ruhe wieder abziehen. Riesenunterschied, ne? Waffe hat nicht nachrichtet, sie müssen mit der Hand nachrichtet. Raus damit. Jawohl. Finger immer lang, aus dem ab. Okay. Genau. Der Rückträgen ist fast dasselbe. Das ist klar. Okay. Dann, Magazine. Bis zum Anschlag, jawohl. so dann feuer frei überraschen lassen vom schuss immer überraschen lassen jetzt immer in die mitte der scheibe anvisieren dann 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 Ausgezeichnet, gut geschossen. Draufdrücken, genau, Blick ins Patronenlager. Alles klar. Wow. Ja. 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 Ja.